Yo meine lieben Freunde, wir machen diesen Spaß heute nochmal wie gestern mit dem Fehl, wo sich der Kollege fast selber gesprengt hat. Aber ich muss schon wieder lachen. Habe ich gestern nämlich vergessen zu zeigen, ein älterer Dumbum Single Shot, die alte Version. Wie viel Gramm hat er? Ich schätze mal 10 bis 12 Gramm oder so. 12 Gramm ungefähr, reines Salud. Und hier habe ich gestern ja leider auch nicht gezeigt im Alpha, die NEC. Gucken wir mal sehen. Gut, der will nicht, der Fokus. Warum will der wieder nicht fokussieren? Muss ich wieder drauf tippen? Ah, ich muss wieder drauf tippen hier. Ein 40 Gramm Effekt, also mit Feuertopfhatter, habe ich gestern vergessen zu sagen. So sieht er aus. 50 Millimeter, ein Hammer, das denke ich heute. Und viel Spaß bei der Zündung und wir machen jetzt den ersten. Ähm, ich muss mal. So. So, wir zünden den älteren Dumbum Single Shot. Irgendwie. Alter, der Nachhall. Das ist Wahnsinn, das Teil. Das ältere. Ich sag's euch. So, und jetzt diesen Hammer. Aber den stelle ich jetzt nochmal ein Stück weiter hinter. Aus Sicherheitsgründen. Weil wenn das Ding auf dem Boden wieder losgeht, weil der hat wahrscheinlich auch keine Effektladung. Und tschüss. Das ist jetzt der zweite. Das ist eine Fehlschorche, Leute. Wenn ihr das Ding habt, kreuzgefährlich. Ich bedanke mich für's Wiederschein. Vielen Dank. Vielen Dank.